Mr. Burroughs, ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Tod Ihres Onkels war ein Schock für uns alle. Wo bin ich? Unsere Welt geht zugrunde. Das Schicksal hat euch hergeführt, John Carter. Nur ihr könnt uns vielleicht noch retten. Als ich euch sah, wusste ich, es ist ein Zeichen. Ihr könnt dieser Welt neue Hoffnung schenken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017